Hallo, Helen und ich, wir zeigen euch heute mal ein Puste-Fußball. Und wir haben jetzt hier so ein Brett mit, wo an den Seiten was ist, damit der Ball nicht wegfliegen kann. Ihr könnt das zu Hause so machen, indem ihr zum Beispiel auf dem Esstisch so Handtuchrollen legt oder irgendwas als Abgrenzung, sodass der Tischtennisball auch wirklich nur hier vorne bei Helen oder bei mir rüber springen kann. Man kann das Ganze auch kaufen, als so ein kleines Fußballspiel, das geht auch toll, kann man auch mitpusten. Oder kreative Eltern, Helen, dein Vater, bauen das aus dem Schuhkarton zum Beispiel, einen großen Stiefelkarton, da hat man das auch. Aber Helen und ich, wir zeigen euch das jetzt erstmal, wie wir hier um die Wette pusten. Helen, es geht los. Stopp, auf die Plätze, fertig, los. Nein! Oh, super, weiter. Ah, ja, 1-1. Denn das nächste Tor für den Sieger. Ich schieße ich. Mach los. Super, das war's. Super, das war's. Untertitelung des ZDF, 2020